Hi, mein Name ist Lea und in diesem Video zeige ich dir, wie du Social Media Buttons auf deiner Webseite einfügen kannst, die auch noch DSGVO-konform sind, sodass es da datenschutzrechtlich eigentlich keine Probleme geben sollte. Dafür nutze ich das WordPress-Plugin Sheriff Wrapper und da ist es einfach so, dass quasi keine Daten abgerufen werden, bevor man überhaupt auf einen der Buttons klickt. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie die Einrichtung funktioniert. Wenn dir das Video weiterhilft, dann freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Um das Plugin zu nutzen, gehst du einfach hier in der Sidebar bei Plugins auf Installieren und dann kannst du hier oben einfach suchen nach Sheriff. Genau, das hier ist es. Bei dir steht jetzt auch noch wahrscheinlich jetzt installieren. Ich habe das Plugin schon installiert, deswegen muss ich das jetzt nicht machen, sondern klicke einfach nur noch auf Aktivieren. Das wäre dann bei dir der zweite Schritt. Genau, ich aktiviere das Ganze also und dann erscheint hier in den Einstellungen zusätzlich noch die Option Sheriff. Genau, da kannst du jetzt mal draufklicken. Und bevor wir jetzt hier quasi starten, eine wichtige Sache noch. Je nachdem, welches Theme du benutzt, kann es sein, dass das dann automatisch quasi schon Teilen-Buttons überall einfügt. Und die solltest du auf jeden Fall vorher erstmal noch aktivieren, weil die vermutlich nicht datenschutzkonform sind. Das nur noch als kleinen Hinweis, dass du da auf jeden Fall dran denkst, dass sowas auch noch sein könnte. Jetzt schauen wir uns aber Sheriff an. Genau, wenn du einfach mal unter Einstellung eben auf Sheriff draufklickst, dann kommst du hier in diese Übersicht. Und hier kannst du jetzt erstmal festlegen, welche Buttons genau du überhaupt anzeigen möchtest. Hier in dieser Liste siehst du quasi, was dir alles zur Verfügung steht. Und das fügst du dann in der Reihenfolge, in der die Buttons auf deiner Website angezeigt werden sollen, hier eben in diese Zeile ein, jeweils mit so einem Strich dazwischen. Ich hätte jetzt hier gern zum Beispiel Pinterest, Facebook, Twitter und LinkedIn. Du hast eben aber eine deutlich größere Auswahl noch und kannst hier eben einfach die Dienste raussuchen, die du eben gerne hättest. Und dann stellst du als nächstes ein, wo genau die Buttons angezeigt werden sollen. Also nach Beiträgen oder Seiten oder davor oder auch beides. Also das geht auf jeden Fall auch, wenn du es gerne hättest. Ich finde halt nach Beiträgen gut, weil meine Beiträge sind natürlich das, was ich vor allem gerne geteilt hätte. Nachdem die Leute eben das gelesen haben, sollen sie es dann gerne teilen. Deswegen finde ich das hier auf jeden Fall am sinnvollsten. Und hier unten, wenn du mal weiter runter scrollst, hast du dann noch ein paar Optionen. Kannst die Buttons zum Beispiel bei passwortgeschützten Beiträgen verbergen. Macht ja grundsätzlich Sinn. Also falls du da welche hast auf deiner Webseite, dann kannst du da die Teilen-Buttons rausnehmen. Denn die sollen ja eher nicht geteilt werden. Sonst müsstest du ja kein Passwort davor machen. Genau. Und wenn das alles passt, klickst du hier auf Speichern. Und dann können wir jetzt hier mal uns einen Beitrag anschauen. Den ich hier auf der Webseite schon habe. Genau. Und hier siehst du dann jetzt unten, hier sind nämlich jetzt die vier Buttons drin. Pinterest, Facebook, Twitter und LinkedIn. In der Reihenfolge, wie ich das eben haben wollte. Wenn du möchtest, kannst du jetzt hier auch noch das Design anpassen. Da stehen dir ein paar Varianten zur Auswahl. Und zwar, wenn du einfach hier auf Design gehst. Genau. Hier kannst du auch erstmal die Buttonsprache quasi auswählen. Also dass dann quasi hier nicht merken steht oder teilen, sondern zum Beispiel Share. Wenn du eben Englisch auswählst, das kannst du hier festlegen. Genau. Und dann hast du hier eben das Design. Du kannst zum Beispiel auch noch die Größe ändern, also die Button auch klein oder groß anzeigen lassen. Genau. Da hast du hier eben so ein paar Optionen. Genau. Und dann gehen wir mal noch weiter zu den erweiterten Statistiken. Hier, ja, hier hast du noch so ein paar Sachen. Also kannst zum Beispiel, falls du hier den Twitter-Button nutzt, dann kannst du hier auch noch deinen Benutzernamen einfügen. So, dass dann quasi im Tweet auch angezeigt wird, also von wem quasi das Ganze kommt. Das kannst du hier noch einfügen. Dann haben wir noch die Option Statistik. Da kannst du festlegen, ob du in den Buttons anzeigen möchtest, wie oft ein Beitrag schon geteilt wurde, ja, und wie das dann angezeigt werden soll. Das heißt, es kann zum Beispiel ausgeblendet werden, wenn die Zahl sonst auf 0 stehen würde. Dass dann eben einfach gar nichts angezeigt wird. Genau. Und das ist eigentlich auch schon alles Wichtige, was du dir zu Beginn mal angucken kannst. Viel musst du hier aber wirklich nicht machen, damit du hier eben diese datenschutzkonformen Social-Media-Buttons auf deiner Webseite hast. Du siehst also, mit dem WordPress-Plugin Sheriff Wrapper ist es wirklich einfach, datenschutzkonforme Social-Media-Buttons auf deiner Webseite einzubinden. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal für noch mehr Tutorials abonnierst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.